herzlich willkommen zurück zu cod und ja ich hab jetzt noch mal wieder reingestellt hier auf erx kann sein dass mein werksteller nicht hoch genug war am smsl werden wir gleich hören dann irgendwie anders aber gut jetzt geht hier die post aber so richtig alter Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy fuck Holy fuck Blink Musst von Munitionen abholen hier So Dann war es glaube ich ganz schlau wenn man hier durch geht Oder auch nicht Oder auch nicht Hmm Das fetzt Das fetzt Oh 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 Komm schon ey Oh 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 Ja komm Das war's für heute. Ich muss da noch mal nachregeln. So, sollte besser laufen. So, ich muss da noch mal nachregeln. 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 Geht's back here! Hm. So, let's go. schau mal das geschützte alle hochjagen hier boom baby soundtechnisch jetzt nicht so eindrucksvoll gewesen aber es sah auf jeden fall toll aus schau mal ach lauf mal rein hier oder auch nicht scheiße erschreckt Junge, Junge, Junge steht nochmal wieder auf ist klar oh yeah schönes Spielzeug dann machen wir nochmal Bomben hier naja jetzt ging es da hier weiter ja lauf mal alle, lauf mal alle geil ja 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 Hmm. Oh, Junge! Lauf! Das gibt's ja nicht. Da flog er! Warte! Spätsätze! Los! Erstmal möchte ich mich ein bisschen umgucken. Wenn dann hier endlich mal Ruhe herrscht, dann möchte man noch mal ein bisschen schauen, oder? Am R-A-A-Randaku-A-K, oder wie auch immer. So, hier gibt's schön Munition. Verstören Sie die feindlichen Panzer. Ja, das machen wir gerade. Zurückbleiben, gleich Platz! Bom! Na denn? Da oben ist gesichert! Unten ist gesichert! Sicher den Bereich! Hier ist gesichert worden! Müsst du entschuldigen, ich lauf das ein bisschen schnell durch. Hört mir jetzt gut zu! Wir bleiben hier, bis Verstärkung kommt. Aber das hier ist nur ein kleines Dorf, und das Land ist voll davon. Es gibt also noch viel zu tun. An alle, die noch neu hier sind, herzlich willkommen im Krieg. An alle, die länger dabei sind, glaubt mir, wir haben noch gar nichts gesehen. Wir verlegen die deutschen MGs hier und richten eine Verteidigung ein. Achten Sie auf sich und auf Ihre Kameraden. Dann los! Ab geht's! Ich kenn das Spiel noch ziemlich gut von früher, und dementsprechend renne ich hier durch. Los, aufmachen! Die Deutschen bringen euch Kaffee! Die Deutschen bringen euch Kaffee, das ist auch nett, oder? Alles klar, bis zur nächsten Folge dann.